Hallo meine Lieben, grüße euch ganz herzlich, hier der Ari von Translated Press. Ja meine Lieben, Teil 2 von 2000 Mules auf Deutsch übersetzt ist hier. Ihr könnt es euch anschauen und zwar nur auf Rumble. Ich habe euch den Link hier unten reingestellt, ihr müsst nur auf den Link klicken und schon seid ihr bei uns auf dem Kanal auf Rumble. Es ist ein sehr erfolgreiches Video, es hat schon über 100.000 Klicks auf Telegram gehabt und circa, ich glaube es sind 10.000 etwa auf Rumble. Wer übrigens das erste Video schon auf die 30.000 zugeht, also es ist sehr populär. Bitte teilen, teilen, teilen und auch empfehlen und etwas später zeige ich euch Teil Nummer 3. Den könnt ihr auch auf Rumble anschauen, aber dazu mache ich euch ein extra Video. Bitte empfehlt uns weiter und alles Gute, euer Adi aus Kolumbien. Ciao. Ciao.